Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist der Beginn der Open Season auf meinem Kanal. Ihr werdet in den nächsten Wochen sehen, wie Dragan und ich nachts die Open Live moderieren, wie ich Sarah bei den Open begleite und vor allem, wie ich auch Schagel bei den Open begleite. Und naja, ganz vielleicht mache ich selber die Open auch nochmal. Heute ist Montag und wir kriegen gerade ein Briefing, wie diese ganze Geschichte mit den Livestreamings nachts funktionieren würde. Und ich gebe euch gleich einen ganz kleinen Einblick in das Ganze. Aber viel mehr darf ich wahrscheinlich da auch gar nicht zeigen. Bleibt gespannt, das wird eine sehr, sehr coole Sache, eine sehr, sehr runde Nummer. Und ja, ich bin gespannt, was die Open mit sich bringen. Wir sind tatsächlich jetzt in den richtigen Proben für den ganzen Spaß morgen. Da seht ihr, die anderen, meine Jungs und Dragan fehlt natürlich noch. Semi-Hinti geht der ganze Spaß hier los und das wird eine lange Nacht. Open Live Announcement. Wir kommentieren das, Dragan und ich. Im Hintergrund sind Mac und Rick. Ich habe für ein bisschen hier Nutrition gesorgt. Zu filmen, weil du halt ein sehr, sehr schwieriges Movement hast. Also, zu filmen ist schwierig. Von daher tut mir der Herr, der da gerade mit dem Gimbel und der Kamera lang gelaufen ist, hat ziemlich leid. Zara, einen wunderschönen guten Tag. Na? Meine Augenringe grüßen. Oh ja. Dabei habe ich doch die Open bis nachts moderiert mit Dragan. Gut, man muss jetzt dazu sagen, es ist auch Sonntag und nicht mehr Donnerstagnacht. Echt. Die Open sind mittlerweile bekannt. Wie findest du das Workout? Mal sehen. Ja, sehr cool. Nö, aber Double Under, cool, habe ich Bock drauf. Und Warwalks, mal sehen. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal vor. Es ist lange her. Okay. Ich fasse gerade noch die Description an. Ja. Dann fahren wir gleich zu Hammerbrook, denn da dürfen wir das heute machen, weil wir da auch noch was shooten. Und dann ist es immer amtlich okay. Ja, mich würde auch mal interessieren, wie ihr das Workout findet. Das könnt ihr natürlich sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich blende euch das natürlich heute auch noch ein paar Mal ein. Ja, mir ist das eigentlich relativ egal, wie ihr das Workout findet. Und mir ist das Workout auch relativ egal, weil ich mache es nicht. Von daher. Aber ich finde es ganz cool. Vor allem, weil halt alle rumjammern. Und das macht es umso spannender. Wollen wir mal hören, was Schagel dazu sagt, oder? Rufen wir den nochmal an. Willst du Mr. Busy anrufen? Gott, Shooting, melde mich. Abgehoben, oder? Sag ehrlich. Richtig abgehoben, ey. Ja, dann doch du nochmal. Ach, zweite Mal. Ich liebe das. Open für dich? Du willst für den Games, ne? Na klar. Auf geht's. Nein, Spaß. Das war cool. Okay. Also auch keine Redoos, kein Geheule heute. Ne, Geheule sowieso nicht. Und Redoos? Nein. Ne. Ne. Just for fun. Einfach ein bisschen Spaß haben. Also wir wollen schon, das sage ich mal, insofern ernst nehmen, dass wir halt sagen, okay, wir machen, wir gucken schon, dass wir irgendwie strategisch da rangehen, unsere, die Movements so effizient wie möglich natürlich, klar, man will ja auch daraus lernen, aber am Ende machen wir das dann einmal so gut wir können und wenn es dann mal nicht läuft oder so, dann ist das halt so. Also wir wollen ja nicht so verkrampft reingehen. Ja, sehr, sehr geil. Die Mädels, wie gesagt, habt ihr ja gerade gehört. Und morgen fahren wir dann zu Schagel und filmen halt, wie gesagt, da. Der hat tatsächlich den Plan jetzt dieses Jahr finally dann sich zumindest so zu qualifizieren, dass es nach Amerika geht. Das wird sehr, sehr spannend. Die drei Wochen werde ich das, wie gesagt, begleitend filmen. Da seht ihr jetzt quasi immer so eine Sondersendung am Mittwoch. Ich danke euch auf jeden Fall jetzt schon mal für den Support und dir natürlich auch, dass du mich begleiten lässt. Das ist keine Wahl. So, ab nach Hammerbrook. Digga, was ist denn das hier? Das ist meine Schuhsammlung. Das ist doch schwer. Aber das sind die schönsten. Wer hat denn dir die geschenkt? Vielleicht der Kameramann? Gab es die zum Valentinstag? Ja. Ja, bei Hammerbrook geht zumindest schon wieder das Outdoor-Sporteln für die Leute. Sven, ewig nicht gesehen. Hi. So, so mit Maske mal in Druck, ne? Ja, ich sehe die leider nicht, weil bei Hammerbrook war man nicht untätig. Hier wurde umgeräumt, beziehungsweise gut, das steht, glaube ich, jetzt für den Autobereich, aber hier wurde gestrichen, hinten noch was am Rand. Ja, aber keiner noch. Kein Leid. Das sieht gut aus. Hier, das gefällt mir am besten. Da oben noch Remoke drüber steht. So gehört sich das. Geil, und Spiegel endlich für Bizeps-Kürze. Was ich mich endlich sehen kann beim Kürzen. Ihr schreibt das Workout dran, ja? Ja. Ja, und wir machen nebeneinander. Du musst nicht pushen. Also mach die gleichzeitig quasi. Ja. Geil. Ja, ich würde auch sagen, nicht lang schnacken. Wir ballern einfach direkt los. Ja, ich würde auch sagen, nicht lang schnacken. Natürlich habe ich die Mädels danach noch interviewt. Aber natürlich habe ich mein Mikrofon mal wieder nicht reingesteckt. Das heißt, ich kann euch leider keinen Ton lieben. Aber zusammengefasst, es hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Beide hatten Spaß. Es war natürlich anstrengend, aber hat auch verdammt viel Spaß gemacht, zuzuschauen. In diesem Sinne, weiter geht's im Text. Das geht ja nicht ran, oder was? Schagel, du siehst ja richtig gut aus. Tja, guck mal hier. Uiuiuiuiuiui. Wieder hier schön irgendwo Immobilien verzocken, oder? Ne, heute drehen wir einen Pornofilm auf dem Golfplatz. Einen Pornofilm auf dem Golfplatz? Na, irgendwie müsste das Geld ja reinkommen. So finanziert sich der Porsche. Erzähl mal, das Workout 2021, wie find's das? Ja, das kann jeder mal machen, so. Jeder darf mit. Ich persönlich find's kacke. Also, ich find's einfach... Also, nee, ich find's nervt. Ich hab's gestern angetestet, wie man so schön sagt. Und es nervt. Ja, würde ich doch sagen, freu ich mich auf morgen, oder? Wollen wir das morgen machen? 9.30 Uhr bei dir, du sorgst für Kaltgetränke? Ne, ich sorg für Kaltgetränke. Es gibt also einen kalten Kaffee, wie er war. Oh ja. Und dann ballern wir. Du, du, Schagel, du, nicht ich. Ach so, ja, okay. Ich würd dann einfach den Film jetzt noch zu Ende drehen. Läuft grad ganz gut? Steck einen schönen Gruß mit rein. Äh, lauf ich. Schau dir hier. So, einen nicht mal ganz so frischen guten Morgen. Mittlerweile ist es Montag. Wir sind jetzt auch beim Grumpy Grandpa Schagel. Ich glaube, richtig gelesen zu haben, wir haben sich schon auf. Herr Kelner, mal wieder acht Minuten zu spät. Ach hier, nee, kein Schagel zu sehen. Dedication, Masters Athlete, der immer alles gibt. Wahrscheinlich schläft er noch. Hm. Guck mal, du bist aber nicht Schagel, Alter. Nee, der hübsche Mann ist da drin. Das ist ja. Aber du bist auch nicht Schagel. Schön wär's, ey. Du wärst dann nämlich süß. Guck mal, ne? Da hätten wir einen großen Pimmel. Oh, na waschen, ne? Tritt gemacht, ne? Oh, ist aber tief. Wir reden von Corona-Test, ne? Corona-Test. Nicht wie du dir den Porsche finanzierst. Ja, ja, das ist selbstverständlich. Uh, das war wieder ein Spaß. Digga, du haust dir das noch rein vor den Wallwalks? Oder machst du die Adepte-Version, wo du so Side-Steps machst? Ich mach's immer so, immer dann, wenn ich ganz besonders keinen Bock hab auf Training und auf Sport, also so richtig keinen Bock, dann mach ich mir vorher schon mal ein Frühstück. So als, 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 als Möhrchen. Ach, du isst das danach? Ja, das ist das Workout, dann trainier ich noch. Also ich mach Wallwalks, dann mach ich Training, auf dem Trainingsplan, wie so häufig, als Athlet, als Großathlet, macht man ganz oft Wallwalks. Ja, Klassiker. Ich hab dich schon so oft Wallwalks machen sehen. Wallwalks, ich bin, ich bin selbst jahrelang Wallwalk gewesen. Man nennt sich ja Wallwalker, bisschen warmer Protein hier. Guck mal, du hast aber wenigstens hier, hier ist ein Porzellanbecher runtergefallen. Ja, leider, so ne Hipster-Tasse. Ich schwör, ich finde heute noch so ne Scherbe. Ja, aber wahrscheinlich in deinem Handbein oder in deinem Schienbein, ey. Ich mach da natürlich weiter. Natürlich. Weil ich ein harter Motherfucker bin. Motherfucker bin. Sledge, was hast du denn dazu? Jetzt leck nicht die Kamera an. Nicht die Kamera anlecken, Bruder. Nein. Ja, komm, dann halt mal drauf hier. Das ist mein erster Wallwalk, Alter. Kann ja nur gut werden. Ich frag mal das Handy raus. So, Sledge, Abflug. Bruder. Sledge. Oh mein Gott, ich lass das mit dem Crossfit auf jeden Fall sein. Das war kein Crossfit auf jeden Fall. Immer wieder vom Wotztor nicht anständig ausgestattet wurde, muss er jetzt hier mit so einem Gümmelseil springen. Das kann sein, dass das zwischendurch mal platzen geht, ey. Und das ist halt laune Nummer Vetter hier. Das ist doch ein schönes Heavy Rope, Alter. Vor allem, ich will uns sehen, wie wir im Workout das umbauen, mit den Karabinerhaken. Ehrlich, oder? Du hast du dir das schon mal ein, ey. Da siehst du, deswegen haben wir nur Pixelseile. Die können wir dieses was. Das ist das demütige, Sledge. Geh mal mit den Füßen. Aber Sledge ist fast wie bei einer Polizeikontrolle, oder? Weil sonst hast du es dir schwerer, ne? Also ich bin Crossfit entleert. Das ist Crossfit. Uiuiui. Einen Glück habe ich ein Jahr lang trainiert, ey. Sonst hätte ich das niemals hingekriegt hier. Aber du bist... Aus diesem kalten Steinboden. Aber du bist momentan ein bisschen krank, ne? Ja, krank. Du musst auch was sagen, falls die Performance schlecht ist. Ich bin auch ein bisschen krank. Sehr gut, du weißt, wie es geht. Ja, aber Seilspringen liegt mir. Schade, geht es denn jetzt gleich los? Alles gut, ich glaube, ich habe ganz gut Bizeps. Hilft das bei uns? Keine Ahnung, aber sieht verdammt gut aus. In diesem Sinne, Feuer frei. Vollgas. Ja, das ist schon fies, ne? Das ist einfach scheiße. Ja, das Seil, das war... Musst du, das wusste ich gar nicht, musst du die Hände immer einmal zur Seite packen. Ja, ich habe irgendwas versucht, um die Frühstern zu... Um sie zu erfüllen lassen. Ja, okay. Ich dachte schon. Seil hat ein bisschen Faxen gemacht, ne? Das hat sich aufgeribbelt. Aufgeribbelt und dadurch hat er ein paar... Ein bisschen getrippt, ja. Du bist halt dadurch an den Schürsengel, glaube ich, mit den Dingern immer mal hängen geblieben, ne? Ja, scheiße, ey. Alles gut, Kamera. Okay, war kacke. Ich nehme aber das Ding von Samstag. Ja, das war quasi ein Redo, aber das schlechtere Redo. Ja, genau. Also Samstag bin ich ein bisschen die Double Anlass gekommen. Den wird übernehme ich. Oh, lehme ich den Abend nochmal. Mach den Boden, gehst du dann einfach runter. Knallharter Ficker, würde ich sagen, ey. Ja, hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich fahre jetzt nach Hause in den Schneidorf-Ding hier. Und dann sehen wir uns gerne mal im Büro. So, zurück im Büro. Es ist auch schon wieder Donnerstag. Heute Abend streamen wir wieder live und präsentieren Open Record 21.2. Ich bin sehr gespannt. Und auch das seht ihr nächste Woche wieder. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne einmal unten den Abonnementknopf drücken. Gerne auch mal was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns nächste Woche.